Ah, guck mal, was ich da sehe. In dieser ganzen Idylle. Ach ja, stimmt ja. Die Viecher sind ja ein bisschen schlauer geworden. Und die bringen sich jetzt in Sicherheit. Die stellen sich unter. Ich vergaß. Jetzt ist mein Exel schön kaputt. Naja, was sonst. Ja, ihr habt's gesehen, ne? Dieser Schlag nach dem Hohn. Dieser ganz unscheinbare Schlag. Da liegt ein Fein im Chaos. Eigentlich sollte das Random spielen. Oder Shuffle. Stattdessen werden jetzt die Schlieder doch irgendwie nacheinander gespielt. Seltsam, seltsam alles. Ja. So. So. Jetzt habe ich Samen. 17. Oh, 17. Ja, das ist schon mal ganz gut. Trotzdem machen wir uns noch ein bisschen mehr. Wenn schon, denn schon, oder? Die Zaun war richtig auf die Kacke. Also, ich habe keinen Bock mehr hier lange rumzueiern. Ich möchte dann hier direkt mal loslegen. Außerdem sieht es hier sowieso sehr kahl aus. Davon mal abgesehen. Okay, und jetzt planieren wir den ganzen Scheiß wieder. Wuhu. Ja, läuft doch gut. So läuft es doch wirklich ganz gut. Ich glaube, da muss ich gleich auch direkt mal mein Feld wieder erweitern. Hm. So. Ja, das gefällt mir doch alles schon wesentlich besser. Auch lustig, dass ich hier mit einer Sonnenblume das Gras zerschlage. Was muss dieser Typ für eine Aggression in sich haben, dass er mit einer Sonnenblume die Gräser hier guckt und klein macht. Wie lang war der vorher schon auf dieser Insel, bevor ich in seinen Geist geschlüpft bin, um ihm hier zu helfen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall muss er echt stinkesauer sein. Ach, jetzt hat mich gerade die Musik irritiert. Ich dachte gerade, bei mir würde irgendwie eine Tür aufgehen oder so. Aber das ist diese seltsame Musik. So, ich glaube, dann reicht es jetzt auch langsam, oder? Ach nee, es reicht eigentlich. Eigentlich reicht es nie. Ich habe auf jeden Fall keine Knochen mehr. So, der Rest kann stehen bleiben. Ah, das ist ein Remix von Shadow of the Colossus. 43! Boah, das hat sich ja mal gelohnt. Hm, yeah. Ich dachte, ich müsste jetzt noch ewig rumsuchen. So. Das ist ja schon mal ein Anfang, nicht wahr? Ah. Der ist noch nicht ganz gewachsen. Okay. So, schön. Sehr kleines Gärtchen, aber es ist ausreichend. Ich meine, das werde ich jetzt später sowieso noch verbreitern. Dann kommt es hier noch weiter... ...dingens. Vielleicht ziehe ich das auch noch bis darüber. Ich weiß es noch nicht genau. Aber so weit sind wir noch nicht. Dafür haben wir jetzt hier ganz viele Blümchen. Und das ist auch gut so. So, und die Schweine können sich ruhig noch was... Die Schweine. Können sich die Schweine vermehren? Nein, nein, nein. Oh, ihr solltet doch noch ein Kind machen. Na gut, solange das Schwein da rumläuft, ist es mir egal. Ich brauche hier irgendwie eine andere Lösung. Nix da. Um rauszukommen, ohne dass mir die Viecher folgen. Da hast du Glück gehabt. If it's gay, I don't care, Anikon. Jetzt machen wir mal das Dach weiter. Doch, es nimmt Formen an. Es nimmt sogar sehr schnell gute Formen an. Das freut mich ein bisschen. Dann haben wir mal wenigstens einen vernünftigen Ausgangspunkt. Wie lange habe ich an dem letzten Haus rumgebaut? Das war ja ewig. Und trotzdem ist es nicht fertig gewesen. Schade, irgendwie. So, über die postmoderne Treppe nach oben. Ah, ne, und wieder nach unten, Borat. Ich hab dich gesehen. Ja, ich nutze die Ruckler jetzt so ein bisschen, um mich mal zu strecken. Ich hoffe, ich bin überhaupt nicht auf Mute. Ja, dann ist ja gut. Minecraft-Folgen nach vertonen. Das wär's noch. Das wird mir noch fehlen. Als wenn ich sonst nix zu tun hätte. Ui! Jetzt spiel ich ja bald schon anderthalb Stunden. Muss ich auch gleich wieder aufhören. Denn heute... Heute darf ich wirklich mal nicht so lange machen, wie sonst immer. Denn... Denn morgen muss ich wirklich für früh raus. Ne, was mach ich denn hier? Achso, ne, ne. Moment. Ganz langsam, Kajos. Ganz langsam. Oh. Come on. Nicht Ruckler. Ne, 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 ne. Das ist auch ein Shadow of the Colossus-Remix. Übrigens. So, das müsste erstmal reichen. Doch, doch. So, jetzt aber. Jetzt, jetzt, jetzt aber. Wo waren wir denn zugange? Hier, ne? Das ist eine geile Version. Hört mal jetzt gut hin. Jetzt halte ich mal grad die Klappe. Für die, die keine Ahnung vom Computerspiel haben, das ist Angry Birds. Das ist doch geil an, oder? Nimm ich halt Dreck. Tchik, tchik, tchik. Und laut hört sich das richtig geil an. So, mal gucken, wie das hier wird von der Symmet... Von der Symmetrie her. Ja, genau wie da. Super. Das ist ja... Nur viel niedriger. Ja, okay. Stimmt, das ist natürlich viel niedriger. Ist doch klar. Weil dünner. Hm. Ja. Lass ich mir was einfallen. Bis zum nächsten Mal.